Johnny Depp hat Kugelschreiber verkauft, Julia Roberts Eis und Pink Pommes Frites. Bei unserem nächsten Star sieht es anders aus. Er möchte mal mit viel Musik die Menschen zum Tanzen bringen. Und das mit Hilfe von Pietro Lombardi's Call My Name. Hier ist Startnummer 02. Hier ist Matthias mit Ich will ein DJ sein. Oh 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 oh. Mich hat heute meine Deutschlehrerin gefragt, was ich mal werden will. Und ich hab gesagt, alles klar, wunderbar, die Karriere ist geplant. Astronaut, danke, nein und ganz sicher ist, ich werd auch kein Pilot und kein Polizist. Kinderkram, sowas hab ich schon lange abgehackt. Seh mich nicht als Oberlehrer. Seh mich nicht als Rauchbankkehrer. Seh mich als König von Dädenflor. Zum Bäcker bin ich nicht geboren. Hab auch am Baukram nichts verloren. Das hab ich nein. Ich will nur ein DJ sein. Ich geh nicht zur Feuerwehr. Werd kein Lehrling bein. Füße hören, pass da nicht rein. Ich will nur ein DJ sein. Geile Sounds fabrizieren und nicht wo servieren. Fette Beats produzieren, statt wenn operieren. So ein Job wär doch top. Jede Nacht der Party King. Seh mich nicht als Geisterjäger. Seh mich nicht als Fliesenleger. Seh mich als König von Dädenflor. Zum Bäcker bin ich nicht geboren. Hab auch am Baukram nichts verloren. Da sag ich nein. Ich will nur ein DJ sein. Ich bin nicht zum Pops geboren. Bin mehr als Guru für die Ohren. Steh doch gleich ein. Ich werde ein DJ sein. Ich nehm mich rein. Das ist mein Weg. Oh, zum Glücklichsein. Hallo. Hallo!